Teilaufgaben der Beschaffungslogistik Lieferanten auswählen, Lieferanten bewerten, wir werden uns noch genau anschauen, wie man das macht, welche Kriterien, optimale Beschaffungswege wählen, dann die Materialprüfung, wenn das Material angeliefert ist, muss es geprüft werden, verlangt schon das Gesetz, man muss Mängel dann sofort rügen als Kaufmann, schauen wir uns auch genauer an und E ist sozusagen die Basis kostengünstig und störungsfrei, das Ganze kostengünstig und störungsfrei. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.